eine brückenschaltung was ist es wie funktioniert sie wozu brauchen wir dann sowas umständliches ich komme auf alles drei auf alle drei themen zu sprechen leute noch mal gleich zu anfang ich mache hier immer füge immer links an wichtig sind die dafür dass ihr das ich werde hier nicht alles zehnmal erklären dass ihr hier die videos findet die das alles noch mal im einzelnen erklären was ich jetzt hier mal nur kurz anreißen dieses video wartet hier ist also kein problem dass ihr verpasst nichts ich habe man einfachen spannungs teiler hier achtung link kommt gleich ich habe einfach ein spannungs teiler und zwar seien mal die widerstände 1 und er zwar gleich wenn ich jetzt zum beispiel hier 6 volt anlege dann kommen hier wenn die beiden widerstände gleich sind 3 volt raus wenn ich auf der anderen seite die gleiche schaltung noch mal wieder mit genau 6 volt aufbau der gleichen widerstände also die sind beide gleich dann habe ich hier auch wieder 3 volt anliegen wenn ich jetzt hier zwischen irgendwie mal versuche zu messen wie viel ist denn da dann wird nichts rauskommen denn das potenzial potenzialunterschied thema spannungs kompensation so was wäre so was ähnliches der potenzialunterschied ist nun mal null ich kann auch an diesen ecken messen das 0 es sei denn die beiden spannungen wären nicht gleich ich kann auch diese schaltung hier ich mache das mal in grün ich kann ja auch hier unten verbinden dann kann ich nämlich wirklich messen und ich finde trotzdem nichts ich kann auch sagen warum das ist ja albern warum soll ich hier extra eine batterie mit 6 volt nehmen ich kann doch gleich die hier nehmen die reicht mir doch die hier und so hat wie schon damals seine messbrücke die wheatstone messbrücke oder wheatstone messbrücke oder wheatstone brücke ganz kurz erfunden er hat sich gesagt ja ich nehme nur eine spannungsquelle macht den gleichen klar dass mit den widerständen aber nur eben eine spannungsquelle und dann kann ich hier ein potenzialunterschied messen und zwar wenn alle widerstände alle untereinander auch noch gleich sind kriege ich null volt raus jetzt sagt man sich ja ja schon ja und wozu was was soll der ganze käse noch mal schnell zu dem wie es sonst ein ding der hat sich gesagt ja es ist ja ganz gut und schön aber was kann ich damit machen wenn ich hier r1 hier zu einem geeichten verstellbaren widerstand der widerstand ist verstellbar deswegen dieses symbol hier durch wenn ich das zu einem geeichten verstellbaren widerstand mache und hier einen unbekannten widerstand anschließe dann kann ich hier auch noch eine skala draus drauf machen auf meinem widerstand und schreibe da meinetwegen ein volt 1,1 ohm 1,1 ohm 1,2 ohm und so weiter dran und dann mache ich folgendes ich drehe hier so lange dran wenn der so ähnlich ist wie der hier wird mein zeiger gegen null gehen noch schön die weedstone brücke die zeichnet man auch so dass bloß man nebenbei ist das gleiche schaltzeichen man hat bloß eben hier die beiden widerstände hier oben zusammengefasst das gleiche in grün sozusagen wenn ihr mal eine sogenannte haar brücke seht wir wissen ja dass über widerstände spannung abfallen dann ist auch das gemeint damit hier keine zu hohen ausgleichsströme fließen kann man hier einen widerstand einbauen und bequem darüber auch die abfallende spannung lassen und der da ist die spannung wieder null wenn aber das wissen wir ja ist im prinzip das gleiche ist bloß eine sicherung dass hier keine hohen ströme fließen also weedstone hat es zum widerstände messen genommen aber warum so umständlich könnte man sagen rs u durch i messe ich u messe ich i rechne aus fertig der hat es deswegen gemacht weil man damit genauer messen kann ich bemühe mal eine sinus kurve obwohl das damit nichts zu tun hat und ich frage euch mal ja wo ist denn hier das maximum ist es hier oder hier oder hier hier scheint es zu sein oder doch hier oder wo ist es oder wo ist das minimum das ist eher hier oder mehr hier wenn ich aber sage wo ist ein nullpunkt der ist hier der ist hier der ist hier und so kann man sich vorstellen deswegen die weedstone brücke oder überhaupt eine brückenschaltung auch dafür damit man hier den null wert zehnmal besser ablesen kann als einen irgendein maximum oder minimum wert das ist das ganze prinzip solcher brückenschaltungen zu messen oder bestimmen von irgendwelchen widerständen man kann hier auch kapazitäten einsetzen als kondensatoren oder lauter spulen alles spulen man kann es auch mischen man legt dann hier eine wechselspannung an misst die impedanz und so weiter und so fort also wechselsprung widerstand ist sowas aber darum geht es jetzt gar nicht mehr ich lasse das mal an dieser stelle ich werde noch ein video machen und zwar geht es darum statt hier irgendwas zu messen sage ich nee 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 ich nehme die weedstone brücke zum beispiel sehr gerne dafür hier einen thermistor oder einen dehnungs messstreifen als widerstand einzubauen und dann kann ich nämlich genauso schick hier meine werte ablesen kann dann sagen naja da hat sich eben so oder so gedehnt das bauteil aber das erkläre ich dann gut links werden zum schluss wieder erscheinen und alles was hier oben ist habe ich ja schon erzählt ich wünsche euch was schönes tschüss